hallo und herzlich willkommen zu einer neuen folge von shiny findet einen neuen weg wo die zu spielen heute spielen wir diesen mod ich verstehe kein einziges wort von mir weil bei mir ist das ziemlich laut ich weiß nicht ob ich gerade wirklich rede ich nehme einfach an dass ich es tue ich hoffe dass der knopf hier funktioniert moment ich teste es kurz test test nein funktioniert nicht das heißt ich werde wohl mein mikrofon irgendwie ausschalten müssen nice ja so oder so wir spielen wieder in die mod und es gibt ich mache den ton gleich an ich glaube ich soll es generell leiser machen anstatt den ton für euch auszumachen so jetzt versteht ihr mich und ich verstehe euch ja und die spielen jetzt erstmal über das menü und dann die anderen vier über das freeplay menü ich habe aber angst vor bomblots ich habe es wie ihr gesehen habt schon gespielt aber es war mir definitiv zu schwer nicht zu schwer sondern zu viel story ist wohl das boyfriend und girlfriend nach jahren mal wieder ihre freunde aufsuchen oder so ich habe es nicht ganz verfolgt aber es ist interessant vielleicht mal eine playlist aus jetzt witte witte Vielen Dank. 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 Aber... ... 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 so und jetzt zum hauptteil zum besten teil ich mach wieder etwas lauter kleine zwischeninfo die die stimmen die ihr zwischen gehört sind die aus dem songcover von von dem wo die mod cover von juno songs werde ich ich werde die zusammenfassungen die juno hochgeladen hat in der beschreibung verlinken irgendwo ich weiß nur noch nicht wo werdet ihr finden schätze ich so 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 Ciao.